ARD Text im Auftrag von Funk Guck mal sowas. Das hab ich geschenkt bekommen. Kommt ihr? Bummer kommt nachher. Ja? Ja, komisch, dass er dich nicht angerufen hat, oder? Was tut sie hier, wenn ich fragen darf? Wo ist denn der Kuchen? Den hab ich vergessen. Sein Ernst, das geht nicht. Das ist ihr Lieblingskuchen. Das ist ihr Lieblingskuchen. Das ist ihr Lieblingskuchen. Ich glaube nicht. Ich kann doch nicht dafür, dass sie noch nie gefängt passt. Sie wird das nie was mit den Mädchen. Das war ihr Lieblingskuchen. Das hat einen Besuch. Oder was ihr in der Kuchen besucht? Det ist ... Nein! Willkommen.